Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside Clips zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine neue Analyse auf diesem Kanal mit dem Thema, welche Mitarbeiter könnten Schalke im Sommer verlassen. Denn mittlerweile ist ja bei uns rund um unsere Mannschaft sehr viel passiert. André Hechelmann ist weg, Peter Knebel ist weg, Bernd Schröder ist weg und damit hat sich dort in den vergangenen Monaten schon sehr viel getan. Matthias Tillmann will als neuer Vorstandsvorsitzender den Verein auf jeden Fall verändern. Das betont er jedes Mal und er hat auch nochmal betont im Format mitgeredet, dass man sich auch ganz genau anschauen wird, wie das Trainerteam, das Funktionsteam ausschaut. Denn man muss sich eben auch irgendwo verkleinern. Denn Matthias Tillmann hat nochmal klar gemacht, Schalke spielt nicht mehr europäisch. Man spielt nicht mehr dreimal die Woche. Da darf man auch schon die Frage stellen, braucht man den Mitarbeiter noch oder gibt es möglicherweise vielleicht auch einfach bessere Alternativen. Dahingehend wird es auf jeden Fall auch Entscheidungen geben, wenn klar ist, ob man in der Liga bleiben wird oder nicht. Aktuell sieht es ja ganz gut aus durch die letzten beiden Partien. Und es könnte auf jeden Fall sein, dass im Sommer einiges passieren will. Matthias Tillmann hat das auch nochmal erklärt. Also müssen wir uns fragen, ob wir so aufgestellt sind, dass wir effizient und effektiv arbeiten können. Natürlich gibt es hier auch schon an längerem Gerüchte, um zum Beispiel Mike Büskens, Gerald Asamor. Geht es mit den beiden über den Sommer hinaus weiter oder nicht? Es gibt aber auch noch weitere Namen, über die wir heute sprechen, wie zum Beispiel auch Matthias Kreuzer, René Grotus, auch unseren Torwarttrainer Simon Henssler. Werfen wir mal einen ganz besonderen Blick drauf. Also es könnte auf jeden Fall auch rund ums Team einen Umbruch im Sommer geben. Und wir blicken mal darauf, wie realistisch das denn tatsächlich sein kann. Legen wir los mit unserem ersten Kandidaten, der laut der Bild, aber auch laut anderen Medienberichten durchaus kritisch beugt wird. Und das ist Matthias Kreuzer. Seine offizielle Funktion bei uns ist ja Co-Trainer und Videoanalyst. Er ist auf Schalke seit März 2019. Er ist damals durch Hüb Stevens zu uns gekommen, denn beide haben sich beim HSV kennengelernt. Und Stevens wurde ja dann nach Domenico Tedesco Interimstrainer und dadurch ist eben auch Kreuzer zu uns gekommen. Ganz interessant und auch das ist ein sehr krasser Fakt am Rande. Matthias Kreuzer hat bei uns auf Schalke schon unter neun Trainern als Co-Trainer und Videoanalyst gearbeitet, seitdem er eben bei uns ist und das innerhalb von fünf Jahren. Er selber war ja auch zweimal Interimstrainer. Das war zum einen nach der Entlassung von Frank Kramer gegen Hertha BSC in der Bundesliga und dann zum einen nach der Entlassung von Thomas Reis auch gegen Hertha und Paderborn. Alle drei Spiele gingen ja übrigens auch verloren. Generell sieht sich auch Matthias Kreuzer stand jetzt gar nicht mal so als Cheftrainer. Er fühlt sich sehr wohl in der zweiten Rolle als Co-Trainer und er hat zudem auch gar keine Lizenz. Man hört aber auch immer wieder, dass er wirklich ein Experte seines Fachs ist. Vor allem taktisch wird er immer wieder gelobt. Er hat ein sehr, sehr gutes Auge für das taktische Spielverständnis und auch deswegen war er durchaus ein wichtiger Part in unserer Aufstiegssaison als der erste Co-Trainer sozusagen von Mike Büskens. Sein Vertrag läuft nun allerdings aus. Über die Zukunft wird auf jeden Fall diskutiert und auch da ist eben die Frage, ist seine Rolle noch notwendig? Ich glaube schon, dass man hier über eine Trennung diskutieren sollte und dass die vielleicht auch passend ist, denn seine Rollen, das können eben auch dann andere übernehmen. Wir haben zum einen mit Tim Smolders einen stabilen Co-Trainer, würde ich mal so sagen, unter Karre Gerrerts, der ganz klar dort mit verankert ist und beim Thema Videoanalyse wundere ich mich dann teilweise schon, dass wir da solche Probleme haben in der Spielvorbereitung. Konnte man das zum Beispiel gegen Magdeburg sehr, sehr gut sehen und auch wenn natürlich die letzten beiden Spiele wieder besser gelaufen sind, darf man sowas auch nicht vergessen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man Matthias Kreuzer sagen wird, okay, jetzt läuft der Vertrag aus, dann macht es durchaus Sinn, sich zu trennen. Bei Simon Henssler könnte es auch interessant werden, denn bei ihm gibt es auch durchaus Diskussionen über seine Zukunft. Simon Henssler ist ja bei uns Torwart-Trainer, seit 2015 ist er bei uns im Verein. Er ist damals dann mit André Breitenreiter vom SC Paderborn gekommen. Dann war allerdings sein Ende auch erstmal kurzzeitig da, nach dem Abstieg 2021, denn Dimitros Kramozis wollte sich selber sein Trainerteam aufbauen und deswegen haben wir ja dort mal einen neuen Torwart-Trainer gesehen. Ich habe gerade seinen Namen sogar schon wieder vergessen, weil das eben gar nicht mal so lange war. Ich glaube, Will Kort oder irgendwie so hieß er und als Kramozis dann ein gutes Dreivierteljahr später entlassen wurde, wurde auch der Torwart-Trainer mit entlassen und deswegen kam dann Simon Henssler unter Mike Büsgens zurück. Er ist natürlich einer, der Schalke extrem gut kennt, der unglaublich gerne, wie man hört, auch für Schalke arbeitet. Er hat ja auch seit Jahren schon wirklich sehr, sehr guten Draht zu Ralf Fährmann, aber auch sein Vertrag läuft jetzt eben aus. Es gab ja hier bereits auch Gerüchte um ein Interesse von Borussia Mönchengladbach, denn die suchen nach einem neuen Torwart-Trainer. Stand jetzt, habe ich zumindest mal nachgeguckt, haben sie auch noch keinen neuen gefunden und vielleicht könnte das auch dann insgesamt eine gewisse Chance für Schalke sein. Denn wir haben ja mit Michael Langer aktuell einen erfahrenen dritten Keeper, der möglicherweise seine Karriere im Sommer beenden wird, der ja auch sehr angesehen ist bei uns in der Mannschaft, der, finde ich, auch ein wirklich guter Keeper ist und vielleicht auch dann direkt als Torwart-Trainer einsteigen könnte und damit Henssler ersetzt, plus vielleicht auch nochmal ganz andere, ja, Herangehensweise im Torwart-Training reinbringt. Fände ich von der Grundidee auf jeden Fall interessant und deswegen hört man wohl auch, dass auch Simon Henssler Schalke im Sommer verlassen kann. Ein sicherlich sehr diskutables Thema ist neben Gerald Asamor auch Mike Abujo-Büskens und auch über den müssen wir natürlich hier reden, denn Büskens ist Co-Trainer bei Karel Gerrads und seit 2020 wieder im Trainerteam. Auch das war damals eine Entscheidung von Huub Stevens, der damals nach Manuel Baum in der Abstiegssaison übernommen hat und sich eben dann Mike Büskens zur Seite geholt hat und zuvor war ja Büskens mal Berater und Leihspieler-Betreuer, aber seit diesem Moment, seit Huub Stevens dieses eine Spiel, der gegen Bielefeld gemacht hat, ist Mike Büskens wieder ganz fest verankert in unserem Trainerteam. Er war ja auch dann fester Co-Trainer unter Dimitrius Gramozis, hat dann eben als Interim-Trainer übernommen und den Aufstieg gepackt und danach aber eben auch klargemacht, er will nicht mehr in die erste Reihe, diesen Anspruch hat er nicht, dieses Ziel hat er nicht, er fühlt sich wohl als Co-Trainer und er kümmert sich ja dabei vor allem um Talente und eben auch um die verliehenen Spieler. Er hat ja auch unter anderem mal Memo 1 in der Türkei besucht. Also Mike Büskens hat seine Traumrolle gefunden, könnte man somit sagen, bei seinem Verein und natürlich hat sich aber auch seine Rolle in den vergangenen Monaten so ein bisschen verändert, denn unter Frank Kramer hatte er diese Rolle exakt so inne, unter Thomas Reis war er dann nicht mehr ganz so nah dran an der Mannschaft, zumindest war er bei den meisten Auswärtsfahrten auch gar nicht mit dabei. Karel Gerrads hat ihn aber dann wieder zum einen enorm zurückgeholt auf den Trainingsplatz, aber eben auch zurückgeholt auf die Bank und es gibt immer wieder lobende Worte von jungen Spielern, von unseren Talenten in der Mannschaft, plus eben auch von Karel Gerrads. Man ist auf jeden Fall echt zufrieden mit dem Job, den Mike Büskens da macht. Aber auch sein Vertrag läuft aus. Mark Wilmots hat schon betont, solche Gespräche bei den auslaufenden Verträgen werden erstgeführt, wenn sicher ist, dass wir den Klassenerhalt klar haben. Man hört aber eben auch, Mike Büskens kann es gut mit Mark Wilmots. Generell aber auch ist meiner Meinung nach, so wie ich das eben auch von hier beurteilen kann, Mike Büskens Rolle eine wirklich wichtige für Schalke und deswegen bin ich der klaren Überzeugung, mit Mike Büskens sollte man den Vertrag verlängern. In dem Bericht der Bild-Zeitung, wo auch dann so ein paar Namen geeinigt wurden, an denen ich mich hier orientiere, wurde auch der Name von Matthias Schober genannt, der möglicherweise auf dem Prüfstand steht. Er gehört nicht zum Trainerteam, ist aber bei uns Direktor Knappenschmiede und Entwicklung und damit hat er auch eine wirklich sehr wichtige Position in unserem Verein. Er ist ja generell seit 2012 als Mitarbeiter angestellt, hat er seine Karriere damals als Torwart bei uns beendet, ist dann eben direkt als Mitarbeiter eingestiegen und wurde dann 2021 Nachfolger von Peter Knebel als Direktor Knappenschmiede und Entwicklung. Er ist damit verantwortlich für alle Jugendmannschaften, für die komplette Jugendabteilung, vor allem aber eben dann als Manager, könnte man sagen, für die U23. Denn da plant er eben auch vor allem den Kader, verpflichtet eben dann Talente, holt junge Spieler und entwickelt natürlich auch Trainer. Auch das ist so ein Ding, was Matthias Schober sehr angeschoben hat, bezüglich vor allem auch dann Jakob Fimpel. Er war ja auch deswegen dann mal Kandidat als Sportdirektor fürs Profiteam, wo dann auch einige gesagt haben, ja, das kann man ihm auf jeden Fall schon zutrauen. Und dann gab es eben auch mal Gerüchte um Hansa Rostock, die auch einen neuen Sportdirektor gesucht haben. Matthias Schober fühlt sich aber in so einer Rolle auf jeden Fall wohl, das hört man auch immer wieder, wenn er darüber spricht, als eben Leiter der Knappenschmiede, um eben auch dort strategisch natürlich Schalke in die richtige Richtung zu führen. Aber auch hier hört man eben, dass Matthias Schober auf dem Prüfstand steht. Ist er vielleicht verzichtbar in dieser Position? Kann das vielleicht auch dann irgendwie der technische Direktor beispielsweise übernehmen? Oder gibt es auch einfach vielleicht bessere, die das übernehmen können? Und auch hier ist es so, ähnlich wie bei Mike Büskens, dass ich es falsch fände, wenn man jetzt sagen würde, wir brauchen diese Rolle gar nicht mehr, weil auch diese Rolle ist wichtig für unseren Verein, dass wir dort einfach einen Leiter haben der Knappenschmiede. Und auch da tue ich mich jetzt schwer damit, Matthias Schobers Arbeit im Detail zu analysieren und zusammenzufassen und zu beurteilen. Die U23 macht auf jeden Fall einen guten Job. Da werden immer wieder junge Leute hervorgebracht fürs Profiteam. Also grundsätzlich, glaube ich, macht Matthias Schober einen wirklich guten Job und sollte deswegen auch an Bord bleiben. Kommen wir damit auch dann mal über das Trainerteam, über Matthias Schober hin zu den aktuell sportlicheren, etwas Verantwortlichen, könnte man sagen. Da geht es jetzt nicht um Vorschein oder Sportdirektor, weil die Positionen sind ja relativ streng verantwortet aktuell. Plus die treffen eben auch die Entscheidungen, mit wem es weitergeht und wem nicht. Aber auch René Grotus gehört auf jeden Fall dann zu den sportlich Verantwortlichen hinzu, als Referent Sport. Er kam ja 2019 von RB Leipzig als Sportkoordinator und wurde eben dann nach dem Abstieg 2021 Referent Sport. Das ist natürlich dann erstmal eine grundsätzliche Frage, was macht René Grotus überhaupt? Also wie genau definiert sich diese Rolle vom Referent Sport? Schalke hat das so beschrieben, dass er das Vertragsmanagement im Bereich Lizenz verantwortet und er fungiert als Schnittstelle zur Stabstelle Personal. Er hat vor allem auch dann Peter Knebel bei der Umsetzung strategischer Themen und Kooperation unterstützt. René Grotus kam ja eben dann 2019. Damals war ja Jochen Schneider bei uns hauptverantwortlich. Also ich denke mal, dadurch kam auch dann der Wechsel von Grotus, weil sich beide dann aus dem RB-Kosmos sicherlich gekannt haben. Unter Peter Knebel ist er eben dann, wie gesagt, zum Referenz Sport aufgestiegen nach dem Abstieg. Und er war ja auch dann neben André Hechelmann im letzten Sommer ein interner Kandidat als Sportdirektor. Denn zuvor hat er mit ihm zusammen auch den Kader im letzten Winter geplant. Und trotzdem finde ich es wirklich schwierig zu sagen, wie wichtig sein Aufgabengebiet tatsächlich ist. Denn rund um Mark Wilmots wurde jetzt sozusagen kritisch er sich nicht auskennen im Vertragswesen und Vertragsmanagement. Genau das macht aber eben aktuell René Grotus bei uns auf Schalke. Man sieht ihn auch beispielsweise immer wieder in so Videos, wo Transfers fix gemacht werden. Also das ist auch so ein bisschen seine Aufgabe mit eben diesem Vertragsmanagement. Aber ich glaube schon, dass das sicherlich auch andere übernehmen können. Erst recht, wenn zum Beispiel ein Ben Manga kommt und sein Team mitbringt. Also wenn man sich hier verkleinern will oder anders gesagt überlegt, mit wem es Sinn macht zu verlängern und mit wem nicht, kann es vielleicht auch hier Sinn machen, den Vertrag tatsächlich nicht zu verlängern. Eine spannende Personalie. In dem Zusammenhang wird auch dann noch Christoph Kresse sein. Der ist ja aktuell bei uns Chefscout. Ist vielleicht einer, den man noch gar nicht mal so krass auf dem Zettel hat. Denn er ist ja seit November erst bei uns als Leiter der Scouting-Abteilung und wurde damit verspäteter Nachfolger von André Hechelmann. In Wolfsburg war er ja zuvor Scout, hatte dort vor allem auch die Märkte der Niederlande und Belgien im Blick. Und er war natürlich auch das, muss man hier dazu sagen, eine klare Verpflichtung von Peter Knebel und André Hechelmann. Jetzt in dem Moment soll er erstmal auch ein paar größere Aufgaben bekommen. Er hat mehr Vertrauen bekommen durch das Hechelmann-Ende. Aber auch hier ist eben die Frage, wie sieht seine Rolle in der Zukunft aus? Denn wenn dann auch hier wieder beispielsweise Ben Manga übernimmt, der zuvor auch selber Chefscout war, dann könnte sich das vielleicht teilweise überschneiden. Plus Manga bringt meistens auch ein paar eigene Mitarbeiter mit. Und dann könnten eben auch noch solche Mitarbeiter wie René Grotus oder auch Christoph Kresse Platz machen müssen. Das kann man auf jeden Fall aktuell noch gar nicht ausschließen. Und auch wenn Kresse erst seit drei Monaten bei uns ist, würde ich es auf jeden Fall für möglich halten, dass er dann direkt wieder gehen muss. Und damit kommen wir zur letzten Personalie, die sicherlich mit am meisten in den vergangenen Monaten diskutiert wurde, Gerald Asamor als Leiter Lizenzbereich. Er ist ja bei uns seit 2015 wieder im Verein als Mitarbeiter. Er war kurz ein Jahr Klubrepräsentant, dann Co-Trainer bei Schalke 2. Und dort wurde er eben auch dann Manager 2016 und war eben dann noch unter anderem für die Kaderplanung der U23 verantwortlich. Und hat es eben auch dann als Manager geschafft, die U23 zurückzuführen in die Regionalliga nach dem Abstieg in die Oberliga. Und er hat eben auch dann als Manager unter anderem Spieler wie Timo Becker, Florian Flick entdeckt, die ja mittlerweile, kann man schon sagen, gestandene Zweitligaspieler sind. Er ist ja dann Leiter Lizenz nach dem Abstieg geworden im Jahr 2021. Und das war ihm auch so ein bisschen dieses Ding, Schalke guckt bei den schwarz-gelben Nachbarn, was die vielleicht ganz gut machen. Und da gab es ja diese Rolle als Leiter Lizenz mit Sebastian Kehl auch, wo man eben dann von Anfang an gesagt hat, den führen wir ran als Sportdirektor. Schalke hat das dann ja zuvor mit Sascha Rieter schon ähnlich probiert. Er wurde dann entlassen. Gerald Asamor hat die ganze Geschichte übernommen, aber es war trotzdem nie so wirklich klar, wie denn genau seine Rolle aussieht. Ich habe nochmal in den Wortlaut geschaut, als Asamor den Vertrag unterschrieben hat bis 2024. Und da wurde offiziell Folgendes zu geschrieben. Gerald Asamor ist für die Koordination und die Prozessoptimierung des Profi-Leistungs-Sams und verantwortlich und berichtet als Schnittstelle ins Management direkt an Sportdirektor und Vorstand. Wenn man das dann mal ein bisschen runterbricht und darauf schaut, was eben auch die Medien so sagen, hört man immer wieder, Gerald Asamor ist sehr nah dran am Profi-Team. Er hat sein Büro im Profi-Leistungszentrum, ist immer wieder offen für Gespräche, sitzt auf der Bank, ist in allen Sitzungen eben auch mit dabei, plant Unterkünfte und Trainingslager, sprich auch sowas gehört zu seinen Aufgaben. Allerdings übernimmt sowas mittlerweile Unterkünfte, Trainingslager, plan auch teilweise der Teammanager, das ist ja Mario Grevel-Hörster, über den man sicherlich auch diskutieren könnte, inwiefern er notwendig ist oder vielleicht doch nicht, wäre dann sogar noch ein weiterer Mitarbeiter, den man vielleicht ja nicht verlängern könnte, wenn sein Vertrag ausläuft. Aber vor allem über Gerald Asamor gibt es ja diese Diskussion. Denn er selber will eben auch irgendwann Sportdirektor werden. Das traut er sich zu, er hat verschiedene Studien absolviert beim DFB und diese Perspektive ist aber natürlich auf Schalke aktuell nicht gegeben. Seine Rolle ist auch durch Mark Wilmots noch mal geringer geworden. Es gibt diese Strukturveränderungen und da hat auch Tillmann noch mal klar gemacht, das versteht Gerald Asamor auch, dass er diesbezüglich womöglich jetzt auch einfach eine geringere Rolle spielt. Auch hier wird es erst Gespräche geben, wenn Klarheit herrscht über die Liga-Zugehörigkeit, aber die Tendenz geht schon ganz klar dahin, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Und trotzdem bin ich der klaren Meinung, auch wenn ich weiß, dass viele anders sehen, dass ich wirklich hoffe, dass man später noch mal zusammenfinden wird. Denn ich persönlich traue Gerald Asamor das Amt eines Sportdirektors auf jeden Fall zu. Natürlich muss er dafür auch erst mal Kontakte aufbauen, auch wenn er sicherlich bislang auch schon ein ganz gutes Netzwerk sicherlich aufbauen konnte. und trotzdem muss man, finde ich, auch solchen Leuten mal das Vertrauen geben. Viele sehen, warum auch immer, in Asamor so ein bisschen den Pausen klauen, der als Spieler viel gelacht hat und irgendwie gefühlt auch als Mitarbeiter nur am Lachen ist und sonst nichts kann. So stehen hier zumindest einige da, was ich zum einen respektlos finde und 0,0 verstehen kann. Ich gehe davon aus, dass Gerald Asamor den nächsten Schritt gehen wird, als Sportdirektor bei einem Zweit- oder vielleicht auch Drittligisten und sich dort gut entwickeln kann. Denn noch einmal, er hat verschiedene Sachen dafür studiert, er hat sich fortgebildet und jetzt einfach sozusagen, Gerald Asamor könnte gar nichts, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber es macht ihm dann im Gesamtkonstrukt schon Sinn, diesen Vertrag halt nicht zu verlängern, weil einfach die Perspektive für ihn nicht gegeben ist. Und somit wird uns auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Gerald Asamor verlassen. Und damit habe ich jetzt hier auch nochmal die Übersicht mitgebracht zur aktuellen Tendenz bei den sieben besprochenen Mitarbeitern. Wie sieht es aus? Bei Matthias Kreuzer und Simon Hensler glaube ich wirklich, dass man im Trainerteam dann sagen wird, okay, das machen wir vielleicht ein bisschen anders, ein paar neue Ideen und deswegen lässt man die Verträge auslaufen. Vor allem eben auch dann, wenn vielleicht bei Hensler und vor allem wie Gladbach ernst machen sollte. Mike Büskenz sollte auf jeden Fall an Bord bleiben, meiner Meinung nach. Und auch Matthias Schober macht, so wie ich es mitbekomme, einen wirklich guten Job. René Grotus kann man möglicherweise ersetzen und ist vielleicht auch gar nicht mal so zwecknotwendig, je nachdem, was eben auch dann in Richtung Ben Manga passiert. Und davon hängt eben auch ganz stark ab, inwiefern Christoph Kresse notwendig sein wird. Bei Gerald Asamor ist die Zukunft eigentlich schon nahezu geklärt. In der aktuellen Konstellation wird es für ihn keine Schalke Zukunft geben. Und jetzt interessiert mich mal dazu eure Meinung. Ich habe ganz bewusst das Video auch etwas länger gehalten. Ich habe einige Infos rausgearbeitet, die ich euch mitteilen wollte, um auch einfach mal einen anderen Blick zu geben, als jetzt vielleicht nur so ein typischer Mediensatz. Den braucht man nicht mehr und den vielleicht schon noch und fertig ist. Ich wollte schon noch mal etwas mehr ins Detail gehen bei jedem unserer Mitarbeiter, der hier heute vorgestellt worden ist. Und deswegen finde ich es mal spannend, wie ihr die ganze Sache einschätzt. Mit wem würdet ihr verlängern? Wie würdet ihr Schalkes Trainerteam, Funktionsteam umbauen? Was macht dort möglicherweise Sinn, um einfach effektiver und besser über den Sommer hinaus arbeiten zu können? Schreibt dazu mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ihr könnt auch weitere von solchen Videoideen vorschlagen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Ciao und Glück auf. Anale Schalker. Anale Schalker. Anale Schalker. Untertitelung des ZDF, 2020